Also, ich habe gesagt, ich zeige den Charakter für meine Tiere. Und das ist genau in der Vorstellung, Sie sehen den Charakter. Das heißt, in meiner Nummer, ich habe nur ein bisschen aggressiv. Und ich lasse ihn aggressiv, wenn ich stoppe. Das ist der Charakter. Genauso wie uns, das Mensch. Wir haben ganz verschiedene Charakter. Und das ist genau meine Löwe. Und für Lüge, eigentlich ist Baul, oder das, genau so wie der Papa, habe ich ganz intelligente. Und er immer viel lieb habe. Und ich finde das schöne Vorstellung, Sie sehen beide Seiten, der nicht nur Kussentier, der auch gefährliche Tier. Er kommt ungefähr 350 Kilo. Also, in Englisch, the perfect killing machine. Er ist wirklich gemacht für das. Er ist ein gefährliches Tier. Aber ich kenne ihn sehr gut. Und ich weiß, wenn ich küsse mich. Und ich weiß, wenn er sagt, lass mich in Ruhe. Und warum ich wissen das? Es ist genauso wie jede Mutter und Vater da. Das kennen die Kinder. Die Kinder, ich muss nicht sagen, sie haben eine gute oder schlechte Stimme. Sie weiß das genau. Und er kommt für Frühstück. Aha, äußere sie. Auch die Kinder, bitte. Bitte schön, die Kinder nicht laufen. So, danke schön. Und natürlich, ich kenne meinen Löwen genauso wie sie kennen sie Kinder. Nicht vergessen, das ist nicht eine Arbeit für mich. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Also, ich habe gesagt, dass die Arbeit mit hier den immer guten Charakter und das für mich zeigen meine Publikum die schöne Verbindung, die ich habe zusammen mit dem Tier und das Vertrauen. Er hat eine Frage und nicht mehr von der Karte gehaust, sondern die Flüsse ist hier, aber er will nicht haben, dass er genau so stark mit ihm ist. Und er ist immer immer nett wie er und ich bin nett wie ihm und er liebt das. Und er hat ein bisschen Ball jetzt, ne? Ja. Genau. Okay. Und das genau, so ich habe gesagt, macht unsere Vorschau. Ich weiß so, dass ich habe einen Löwen, der gefährlich ist, der markiert mich, er ist auch gefährlich, aber der Charakter ist genau so, dass er das gemacht hat. Und er ist falsch, ja? Komm hier, komm hier. Komm hier. Komm hier. Ah! Sie ist durchgemacht der Fuß da, Fuß weg. Good girl. Good girl. Good girl. Oh, she's around. Na 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 na. Sit. 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 Oh, hau. Hey, good boy. Sie war schon hier dieser Morgen. Genau. Let's have a good boy now. Give me five. 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 Okay. So. So. Warum ich habe die zwei gebrannt rein? Das ist natürlich viel jüngerer, der Dr. Müller. Der ist jetzt ein Jahr alt. Und. Und. Für mich ist es jetzt das. Wir sehen, wie der Publikum wieder reagiert. Gut. Danke schön. Eine Frage hier. Hey. Kick. Komm her. Kick 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 her. Ja cool. Better fun, ne? Oh. Interessante für Sie ist es, denn da hat er das auch keinen Problem. und diese haben alle kein Angst vor mir. Und deshalb kann man kommen jetzt, eine sehr interessante Erfahrung von mir. Und er kommt zu mir, aber ich bin nicht so, wenn er draußen ist. Okay Kinder-E two? Ist das gut? Bist du schön mit mir, oder? Pssst. Bisschen! Warte ein bisschen länger. Weil es gut mit ihm und dann mal lasse ich die zwei raus. Und dann bringe ich ein paar Profis auf. Lieber für die Zeit, Argus. Wie viele Seiten? 20 Minuten. 20 Minuten. Wie viele Fragen dürften Löwen in der Manege gezeigt werden? Ja, also das ist schon eine Frage gehabt. Wie viele ja? Das geht um ein Ziel, wie gesund er ist. Normalerweise bei mir immer mein Ziel ist gut und gesund. Und dafür sehr starke Ziele. Er kann immer arbeiten. Also es ist gut für das Ziel. Es ist wirklich gut für das Ziel trainieren. Wir haben auch wissenschaftliche Studierungen gemacht. Und ich komme immer raus. Wirklich sehr, sehr interessant für unseren Abtierarzt. Weil er weiß, ich bin vorbildlich für den Circus. Weil unsere Trainer sind ganz, ganz wichtig für das Ziel. So, die Frage ist, wie lange kann man arbeiten? Das ist genau dieselbe Frage. Ich frage Sie. Und ich frage... Also, wenn wir anfangen zu trainieren, normalerweise ungefähr ein Jahr anfangen zu trainieren. Aber ich bin da dabei vorher. Das kennen wir. Und dann wird er springen. Ein nach halb Jahren. Weil er braunen Muskeln. Er hat kleine Kinder. Er kann nicht alles machen. Aber es dauert zwei nach halb Jahren, bis er kommt in der Manege. Ich stehe in der Mitte hier. Und der Löwe sitzt. Und guck mal jetzt. Diamond, 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 Diamond. Princess, 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 Princess. Lapia, Lapia, Lapia. Princess, Princess. Also, wenn Sie ein bisschen wissen, ich glaube, wir haben ein intelligentes Publikum heute. Der Löwe geht weg von das. Und wir haben eins. Rauch. 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 Ich bring das raus von dem Tier. Nicht uns schlagen mit dem Tier. Niemals. Denn der kommt nicht natürlich. Es ist immer, ja? Komme ich hier. 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 Und wenn er versteht. Ah! Er will nicht kommen. Sure. Ich will es auch. Und dann. Und es gibt eine Charakter. Es ist sehr, sehr schön. Weil er denkt, das ist eine Attacke. Aber es ist wirklich trainiert. Wirklich nicht attackiert mich. Wenn er attackiert mich, ich habe kein Schaden. Ja! 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 Ja, Ja! Ja, ja! Hop! 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 Ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ich würde es am 2 Eingung ver culpen, alles klar zu haben, weil ich gerade am pending. Ich rufe meinen D Glennen. Hop! ax, ax! Was hat dir am besten gefallen von den Löwen? Da, wo die oben bei den Dings waren, bei den Gittern oben und dann wieder runtergesprungen sind und da, wo der Löwe mit der Mähne ganz oben saß. Und da, wo der weiße Tiger über den Löwen, über einen Löwen und über einen weißen Tiger gesprungen ist.